Ecapio Podcast, Folge 5. Thema Ursachen von Flucht und Migration. Ein Interview über die aktuelle Situation auf dem afrikanischen Kontinent und über die Verantwortung der Europäischen Union. Mit Ruben Neugebauer von der Sea-Watch. Mein Name ist Ruben Neugebauer. Ich bin Pressesprecher und Crewmitglied bei der Sea-Watch. Sea-Watch ist eine Organisation, die zivilgesellschaftliche Seenotrettung auf dem zentralen Mittelmeer organisiert und sich für eine Safe Passage, also für sichere und legale Einreisewege für alle Flüchtenden einsetzt, weil das, was wir da machen, einfach nur ein Tropfen auf den heißen Stein und keinesfalls die Lösung sein kann. Konzentriert sich der öffentliche Diskurs in Deutschland zu stark auf Menschen, die nach Europa fliehen? Wie ist die Situation der Fliehenden innerhalb von Afrika? Also die Menschen, über die wir hier in Europa sprechen, das ist eigentlich nur ein Bruchteil von den Menschen, die weltweit auf der Flucht sind. Das sind die, die den langen und beschwerlichen Weg in die EU geschafft haben. Das sind letztendlich die wenigsten. Wir haben im Moment eine Situation, wo weltweit mehr Menschen auf der Flucht sind als jemals zuvor. Und ein ganz großer Teil davon kommt eben vom afrikanischen Kontinent. Es ist so, dass weltweit insgesamt mittlerweile über 65 Millionen Menschen auf der Flucht sind. Mehr als 12 Millionen davon sind allein letztes Jahr, 2015, geflohen. Und da kann man eben sagen, dass ein ganz, ganz großer Teil davon eben in den Ländern, in den Herkunftsländern selber flieht. Das bedeutet, dass das Binnenflüchtlinge sind, die ja innerhalb des Landes, wo der Fluchtgrund besteht, dann eben in ein anderes Gebiet gehen oder die teilweise auch in der Region fliehen. Also unter den zehn Ländern, die weltweit die meisten Flüchtenden aufgenommen haben, sind allein fünf afrikanische Staaten. Das heißt, da sieht man schon, dass einfach sehr viele Menschen auf dem Kontinent selber bleiben. Sie fliehen in der Region. Und das muss man einfach auch mitbedenken, wenn man ja im Prinzip an eine Belastung denkt, die dann hier in Europa immer hochgehalten wird, dass eigentlich die allermeisten Flüchtenden auf dem afrikanischen Kontinent selber fliehen. Das größte Flüchtlingslager der Welt ist zum Beispiel das Lager Dadaab in Kenia, das jetzt gerade auch eventuell geschlossen werden soll. Das sind alles Dinge, die hier in der Diskussion total untergehen. Welche unterschiedlichen Gründe existieren für Flucht und Migration? Es gibt verschiedene Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent, die eben die Menschen zur Flucht treiben. Sei es im Kongo, wo über drei Millionen auf der Flucht sind von, ja vor im Prinzip Kämpfen zwischen verschiedenen Milizen, Regierungsdruppen, wo es letztendlich um Verteilungskonflikte geht, wo es um die Vorherrschaft über Rohstoffe geht und im Prinzip einfach Machtverteilung. Sei es in Somalia, wo im Prinzip seit Jahren Bürgerkrieg herrscht, wo ja im Prinzip gar keine staatlichen Strukturen in der Form mehr vorhanden sind und auch Milizen wie Al-Shabaab ihr Unwesen treiben, wo das dann so eine zusätzliche religiöse Aufladung noch bekommt. Der Konflikt, da gibt es also ganz verschiedene Gründe für, auch zum Beispiel in Nigeria, wo jetzt die Terrormiliz Boko Haram ihr Unwesen treibt. Da ist es so, dass das ist eine der Hauptherkunftsländer, so vom Eindruck her, was wir auf unseren Schiffen mitbekommen und da hat es aber auch ganz viel damit zu tun, dass ja im Prinzip der Ölpreis im Moment im Keller ist. Öl ist sozusagen so der Schmierstoff gewesen für die Wirtschaft Nigerias und das bringt eben jetzt gerade Probleme mit sich. Sehr viele Menschen aus Nigeria zum Beispiel auch oder aus anderen afrikanischen Staaten waren in Libyen als Arbeiter im Prinzip tätig, bevor Gaddafi gestützt worden ist. Seit dem Sturz von Gaddafi versinkt Libyen im Chaos und es gibt auch dort im Prinzip einen Bürgerkrieg und es ist auch dort so, dass staatliche Strukturen nicht mehr wirklich vorhanden sind. Hinzu kommt dann, dass es da einen relativ ausgeprägten Rassismus gegenüber von Menschen aus Sub-Sahara-Afrika gibt, für die dann letztendlich keine andere Möglichkeit mehr da ist, dort zu leben, dort in Sicherheit und in Frieden zu leben und die dann eben den Schritt gehen als letzte verbliebene Möglichkeit, so eine Flucht über das Mittelmeer anzutreten. Auf jeden Fall. Zunächst mal muss man sehen, dass die Europäische Union vor allem auch durch ihre koloniale Geschichte maßgeblich mitverantwortlich ist für einen Großteil der Fluchtursachen, wenn man sich zum Beispiel die Konflikte, die ich jetzt bereits angesprochen habe, im Kongo oder in anderen Teilen Afrikas anschaut, dann ist es ganz häufig so, dass koloniale Ursachen da mit dahinter stecken, die das auch mit ausgelöst haben. Sei es die willkürliche Grenzziehung, die letztendlich im Prinzip teilweise Gruppen geteilt hat oder dann eben durch diese Grenzziehung auch mit zu Konflikten beigetragen hat, sei es die Ausbeutung von Ressourcen auf dem afrikanischen Kontinent, die sich ja im Prinzip bis heute genauso fortsetzt. Also es ist ja auch nicht so, dass das irgendwann aufgehört hätte. Gibt es konkrete Beispiele für die Ursachen von Flucht und Migration? Ein Beispiel, was jetzt heute noch aktueller ist und was ein relativ bekanntes Beispiel ist, ist das Beispiel der Fischer im Senegal. Die Fischerei in küstennahen Gewässern hat maßgeblich zum Einkommen und zur Lebensgrundlage von den Menschen im Senegal beigetragen. Das ist eine Eiweißgrundlage vor allem auch. Und das Problem dort ist jetzt, dass EU-Fischereiflotten, also industrielle große Fischer, die haben dort im Prinzip die Fischstände mehr oder weniger leer gefischt, was letztendlich den Menschen vor Ort die Einkommensgrundlage wegnimmt, die Lebensgrundlage wegnimmt und sie damit auch dann direkt zur Flucht zwingt, anstatt dass die EU da was dagegen unternimmt, dass sie ihrer Flotte verbietet dort. Dort aktiv zu werden, hat sie Verträge mit dem Senegal abgeschlossen über unfassbare Mengen von Thunfisch, 14.000 Tonnen, glaube ich, die da jährlich von EU-Fischern weggefischt werden dürfen. Und das kann es natürlich nicht sein, weil das natürlich direkt dazu beiträgt. Also wenn man jetzt darüber redet, was man tun könnte, um Fluchtursachen zu beheben, dann müssen wir mal schon vor allem bei sich selber anfangen. Und solche unmittelbaren Dinge, wo es wirklich völlig problemlos möglich wäre, diese EU-Fischflotte zu verbieten, dort aktiv zu werden, da pusht die Europäische Union das sogar noch weiter. Das ist aber nicht nur das Beispiel mit dem Senegal, sondern es gibt auch Bestrebungen von der Europäischen Union, da Freihandelsabkommen mit verschiedenen Regionen in Afrika abzuschließen. Wir haben es bereits in der Vergangenheit gesehen, dass die Europäische Union mit ihren Billigexporten, mit ihren Überschussprodukten teilweise afrikanische Märkte zerstört hat. Da hat dann einfach so ein Kleinbauer keine Chance, wenn da die subventionierten Produkte aus der EU die Märkte überschwemmen. Und auch das ist was, wo man ganz konkret völlig problemlos dagegen agieren könnte und das einfach einstellen könnte. Da macht die EU eben viel zu wenig und ist dadurch auf jeden Fall ziemlich direkt mit für Fluchtursachen verantwortlich. Es ist tatsächlich eine interessante, kontrovers diskutierte Frage, ob der anthropogene Klimawandel Fluchtgründe auch mitverantwortet. Wir gehen sehr stark davon aus, es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist. Das eine ist, dass natürlich die Wüstenausbreitung, die wir durch den Klimawandel mitunter in größerem Ausmaß derzeit haben, das für viele Menschen einfach die Lebensgrundlage wegnimmt, weil die von der Landwirtschaft abhängig sind. Das heißt, gerade Menschen, die von der direkten Verfügbarkeit von Wasser und eben auch von der Ernte auf ihren Feldern abhängig sind, ist der anthropogene Klimawandel, wenn das so weitergeht und die damit verbundenen Folgen, wie zum Beispiel Wüstenbildung, ein großes Thema, was dann eben auch natürlich die zur Migration zwingt. Gleichzeitig gibt es aber auch Gründe, an die man vielleicht so erstmal gar nicht denkt, zum Beispiel, dass sich neue Malaria-Gebiete bilden durch die Veränderung von den klimatischen Bedingungen und dann eben da nicht unbedingt die medizinischen Voraussetzungen sind, um damit irgendwie umgehen zu können. Und auch das kann dann eben auf indirekte Weise durch den Klimawandel bedingt Menschen zur Flucht zwingen. Die Europäische Union, der Friedensnobelpreisträger, tut im Moment alles, um seine Grenzen gegenüber Menschen in Not abzuschotten. Es ist so, dass es für Flüchtende, die jetzt aus diesen Konfliktregionen auf dem afrikanischen Kontinent oder auch im Nahen Osten nach Europa kommen wollen, gibt es keine sicheren Einreisewege. Dadurch wird das Asylrecht, das wir hier tatsächlich noch im Grundgesetz stehen haben, auch eigentlich zu einer Farce, weil es für Menschen, die aus so einer Konfliktregion kommen, eigentlich erstmal völlig unmöglich ist, Deutschland irgendwie auf einem sicheren, legalen Weg zu erreichen. Also da müssten die schon irgendwie vom Himmel fallen, um hier als erstes Land einzureisen und hier Asylbeantragen zu können. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil dadurch halt die Menschen auf einen sehr, sehr langen, gefährlichen Weg gezwungen werden. Das ist ja nicht nur das Mittelmeer, wo wir aktiv sind. Das ist gerade so gewesen, dass vor ein paar Tagen auf dem Brenner zwei Leute erfroren sind, die sich da im Prinzip auf einen Güterzug gepackt hatten, um irgendwie diese innereuropäischen Grenzen zu überwinden, die ja mittlerweile auch wieder kontrolliert sind. Also Schengen ist ja quasi für Flüchtende zumindest schon längst passé. Und das ist natürlich eine völlig unhaltbare Situation, was die Menschen dann eben zwingt, solche gefährlichen Wege zu nehmen. Auch die europäischen Außengrenzen werden eben auf völlig abartige Weise abgesichert. Das ist so, dass dort, wo im Prinzip sichere Routen bestehen würden, also über Land, werden Zäune gebaut. Wir haben einen Zaun zwischen Bulgarien, Griechenland und der Türkei. Wir haben einen Zaun zwischen den spanischen Exklaven in Marokko. Da haben wir sogar nicht nur einen Zaun, sondern da haben wir gleich mehrere Zäune, mit denen sich da die EU im Prinzip so eine Festung aufbaut, wo es für Menschen, die Schutz suchen vor Krieg, vor Verfolgung, vor Armut, vor Hunger, eben überhaupt keine Möglichkeit gibt, irgendwie legal da hinzukommen. Und das treibt sie eben in die Hand von Schleppern. Es ist so, dass die Europäische Union immer wieder gerne davon redet, einen Kampf gegen Schlepper zu machen. Aber das, was die Europäische Union als Kampf gegen die Schlepperei bezeichnet, ist eigentlich ein Konjunkturpaket für die Schlepperei. Weil der effektivste Kampf gegen Schlepperei, der in der jüngeren Geschichte der Europäischen Union stattgefunden hat, das war im Sommer 2015, als der österreichische Bundeskanzler Faymann damals die Grenzen aufgemacht hat und Menschen aus Ungarn einfach reingelassen hat, die dann im Prinzip durchgehen konnten. Das hatte zur Folge mitunter oder auch die Situation davor in Griechenland, als sich Flüchtende selber die Möglichkeit erkämpft haben, ja im Prinzip auf die Fähren zu kommen von Lesbos. Das war ja nichts, was irgendwie die Europäische Union beschlossen hat, diese Balkanroute zu öffnen, sondern da war es eben einfach so, dass Flüchtende selber gesagt haben, wir kämpfen uns diese Route frei und sind dann von Griechenland über den Balkan auch nach Nordeuropa gelangt. Und das war im Prinzip der Moment, wo das Schleppereigeschäft eben auf der Balkanroute zusammengebrochen ist. Das Ziel von Sea-Watch ist es zunächst mal ganz unmittelbar humanitär zu helfen. Das bedeutet Menschen aus Seenot zu retten, dort wo sie in Seenot geraten. Aber darüber hinaus auch politisch. Wir setzen uns ein für sichere und legale Einreisewege, weil das, was wir da auf dem Mittelmeer haben, das wird immer Notfall genannt, aber eigentlich ist das kein Notfall mehr, weil eine Situation, wo wir jeden Tag Notfälle haben, das ist kein Notfall, das ist keine Naturkatastrophe, was wir da haben. Das ist kein Erdbeben, das ist keine Überschwemmung, sondern das ist menschengemacht. Es ist ja nicht so, dass die EU nicht nur nichts tut, um dort das Ertrinken auf dem Mittelmeer irgendwie zu verhindern, sondern die EU führt das ja ganz bewusst herbei. Wir haben eine Situation, in der die Europäische Union eben alle Grenzen, alle sicheren Routen dicht gemacht hat und damit die Menschen zwingt, eben auf diese Boote zu gehen. Und dabei können wir halt nicht zuschauen. Und ich denke mir halt auch daran, dass wenn ich später mal gefragt werden werde, was ich eigentlich gemacht habe, als die Europäische Union da die Menschen hat ertrinken lassen, dann will ich halt nicht sagen, ich habe zugeschaut.